Und damit willkommen zurück hier bei Europa Universalis 4. Die wollen gegen Kastilien vorgehen? Dann geht halt mal durch ihr Britannia. Nur so zur Information, Britannien ist hier, Kastilien ist da. Ich weiß nicht, warum sie durch Russland wollen. Ich glaube, das weiß echt keiner so genau. Ich hätte ja beim Meerengen gesagt, ja, okay. Haben die hier oben irgendwo eine... Ach, bin ich jetzt zu faul zu suchen? Wir sind hier im Krieg gegen die Schweden. Hallo? Ähm, diplomatisch, äh... Ha. Hm. Ich würde sagen, ich mache das tatsächlich. Ich... Ich investiere mal nur noch die technologischen Punkte ins Militär. Wir brauchen wie viel? Acht. Acht ist halt so eine blöde Zahl. Zwei, vier, sechs. Da hätte ich gesagt, jeweils zwei hinten dran. Aber... Hm. Wir werden mal schauen, wie wir es machen. Wir jagen auf alle Fälle hier mal die Schweden. Warum denn nicht? Und, äh... Ihr Belagerung. Mal weiter. Jetzt weiß ich nicht, ob das... Das waren hinten nur welche. Okay. Das waren da hinten nur irgendwelche bösen, bösen... Äh... Rebellen. Nein, nicht Rebellen. Eingeborene Moskiten oder Bogen. Die Frage. Schlechthin. Eine Debatte ist am Hof ausgebrochen. Über die Wichtigkeit von Moskiten verglichen mit traditionellem Bogenschutz. Schützen Regimenta. In der Hoffnung, König Dimitri VII. zu beweisen, dass die Rolle in der Mee nicht überflüssig ist, hat eine Gruppe von Veteran-Bogenschützen eine beeindruckende Demonstration abgeliefert. Ihre Anmut, Fertigkeiten und Genauigkeit wurde von vielen Anwesenden bewundert. Ich war mal auf dem Festival, haben sie dann so, ähm, auch ein Schießwettbewerb gemacht. Tatsächlich so, äh, Bogenschützen gegen die, äh, Bewaffneten. Gut, die heutigen Bögen, diese Kompositbögen, schlagen Schusswaffen natürlich bei weitem, finde ich. Aber damals? Hm. Militärische Technologie kosten 5%. Selbstverständlich haben Bogenschützen eine wichtige Rolle. Oder wir verlieren 15 Armeetraditionen. Armeetraditionen. Ja gut, die Technologie kosten 5% ist zu teuer, finde ich. Ansonsten würde ich sagen, okay, komm. 15 Armeetraditionen. Tada! Nein? Die 19.000 hätte ich gerne. So, die Schlacht hätten wir auch gewonnen. Sicher, dass die Schweden noch irgendwo was haben? Ich meine ja nur so. Und wenn die Pause vorbei ist, würde ich nämlich gerne sagen, ihr geht mal da hoch. Ja, ansonsten sind sie nirgends. Das Land ist schon so groß, dass ich so weit raus scrollen muss. Aber selbst dann sehe ich ja die Einheiten nicht. Hm. Bisschen ungeschickt gelöst bei so einem großen Land. Äh, ja. Bisschen ungeschickt gelöst. 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 Ähm, erobert Brisschen. Gehört nicht irgendwie zu meinen Dingern da. Nö. Dann will ich es auch nicht. Ansonsten repariert. Nö, nö, nö. Und das war das. Nö. Will ich auch nicht. Tut mir leid. Nein. Und Belagerung abspalten. Dahin. Der Krieg gegen die Schweden läuft einfach viel zu leicht. Wenn das so weiter geht, kann ich ganz Schweden blockieren. So, mit denen sind wir einfach mal so ein bisschen in Bewegung und stellen sie danach. Ja, danach lassen sie einfach in Stockholm stehen. Da haben wir den wenigsten Verschleiß. Und dann würde ich sagen. Ja, gut, wir jagen hier mal diese Tausender Truppen. Das bringt erstens ein bisschen Kriegspunktestand. Und zweitens habe ich da gerade eine ganz üble Vermutung. Ja, sie haben auf Militärstufe 17 geupgradet. Wir verlieren hier zwar durch das Herummarschieren gerade. Meine Stärke bis zum geht nicht mehr. Ich weiß. Aber mir bleibt nichts anderes übrig. Mir bleibt nichts anderes übrig. Wo haben die ihr ganzes Militär? Ich will es eigentlich gar nicht wissen. Es interessiert mich nicht wirklich. Auf der anderen Seite, Moment mal. Was geht hier unten ab? Ich habe gar nicht nachgeguckt. Alles dabei ist Schweden, Burgund, Lünenburg, Provence, Utrecht, Russland, Böhmen, Schiva, Frankfurt, Sachsen, Sachse, Lauenburg, Österreich. Okidoki. Hier gab es zwischen Böhmen und Brandenburg, äh nein, äh Böhmen und Burgund, Burgund. Eine große Schlacht und Österreich und Burgund. Beides mal verloren. Boah, 56.000 gegen 66.000. Hahaha. Hier wieder. Ihr haltet mir aber die Burgund, bitte schön, vom Leib. Hä? Das befehle. Das befehle ich euch. Oh. Awesome. Oh war ja. Oh, 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 oh. Moment, Moment. Ja, ähm. Wo halt Beziehungen hier momentan kriegen. Einmal hier oben, nein, einmal hier unten natürlich, das waren wir und hier oben das Commonwealth mit Aragon, Unterdrückung der schwedischen Ketzerei. Auweia. Auweia. Hm, hat Schweden noch Militär, weil dann kann ich mir nämlich dieses Hin- und Hergerenne ja eigentlich sparen. Wisst ihr, dann gehe ich einfach her und sage, ich lager überall mal eine Belagerung ab. Ja, ich glaube Schweden hat gar nichts mehr. Sven, 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 komm, mach nach Landnahme, dann finde ich die etwas schneller und einfacher. Schweden, Schweden hat noch 12.000 Mann. Okay, ich denke Schweden ist Geschichte. Unsere Bauern sind in Auffuhr wegen der Neuigkeit, dass sie das Land nicht mehr wie früher verlassen können. Es gab schon viele Aufstände im ganzen Land, deswegen. Obwohl vielleicht, wenn sie... Mehr, obwohl, vielleicht, wenn sie... Was ist das für ein Satz? Obwohl, vielleicht, wenn sie sich mehr waschen würden, dann würden sie nicht so rebellisch sein. Ähä. Ja, das ist doch... Okay. Das wird angegriffen. Da und da. Ja, ist... Ist herrlich. Okay. Ihr macht das schon, ne? Verbrannte Erde. Ah, cool. Warum sollte ich meine eigenen Länder rein anzünden? Ja, hat Russland früher gemacht. Ist mir schon klar. Um den Feind, wenn es im Krieg geht, die Nachschubwege zu... Ähm... Nehmen. Beziehungsweise, dass er halt keinerlei Möglichkeiten da hat. Also, ich wollte gerade sagen, jetzt kommt Schweden hier an mit einem Friedensvertrag. Können sie aber vergessen. Gut, dann würde ich sagen, belagern wir einfach mal Schweden großartigst. Ja, da haben wir doch einen super Zeitpunkt, ähm... Erwischt, um hier Krieg gegen die Schweden zu machen. Ich hätte halt dann vielleicht vorher mal nachschauen sollen, ne? Mit wem die alles im Krieg sind. Aber das ist... Na? Immer schwierig herauszufinden. So. Und... Hier noch. Die Schiffe da, die sind ja total bescheuert. Können da nicht mal die Kamenwolfer vorbeikommen? Nee, ne? Warum auch? Wir haben die erste Rebellionenschlacht gewonnen. Wunder, Wunder. Und weiter. Und darauf. Na, das wird super, das Militär dann da wieder auseinanderzuklabusteln. Dann geht ihr da hin. Und ihr geht da hin. Und ihr werdet euch ebenfalls um die hier kümmern. Wir belagern ganz Schweden. Wie krass ist das denn, bitteschön? Wir brauchen den Zugang von Dänemark dann allerdings, um an die auch noch ranzukommen. Ja, wir können es aber auch so lange ticken lassen, bis der Kriegsstand von unserem Kriegsziel den Rest ergibt. Ist ja auch möglich. So, da haben wir was gewonnen. Die 7000. Lass ich da einfach mal Belagerung abspalten und darüber. So, wer will Frieden? Wer will Frieden? Ein Friedensangebot von Lüneburg. Wird alle Verträge mit Schweden aufkündigen? Werdet ihr gerade besetzt? Von wem werdet ihr durch Österreich? Deswegen wollen die Frieden. Da probieren wir einfach was ganz anderes aus. Das lehnen wir mal ab. Und zwar werdet ihr die Kernprovinzen zurückgeben. Nein, das auch nicht. Österreichischer, was soll, geht nicht. Nationen entlassen. Das war doch mal möglich, dass man hat sagen können, hier, pass mal auf, gib mal deine Provinz an die, ähm, da. Ne. Das ist auch nicht das, was ich gesucht habe. Man konnte eigentlich mal einstellen, dass man sagt, okay, pass mal auf, du gibst deine, ähm, Kolonie an die Belagerer ab, aber, aber, anscheinend geht das nicht. Dann gesteht eine Niederlage ein, und, ähm, gibt Oldenburger, macht ihr nicht. Niederlage eingestehen und Gold habt da auch keins. Forderungssenden, was soll's. Die haben unser großartiges Angebot an. Vielleicht, äh, übernehmen ja unsere Freunde hier die, äh, ach komm schon, echt. Nicht jetzt. Ah, ihr Schweden wisst einfach nicht, wann ihr verloren habt, hä. Gut, und sonst sieht's soweit ordentlich aus, auch wenn man hier 30 Jahre scrollen muss. Die Kolonie wird gebaut, die Kolonie wird gebaut, unser, äh, Diplomat ist zu Hause. Wir haben eine Schlacht gewonnen, wir haben eine Belagerung gewonnen. Dänemark, gebt ihr uns Militärzugang. Bitte, bitte um Militärzugang. Danke sehr. Und ab nach da, obbe. Ähm, ja, jetzt haben wir's. Sehr schön. Eine weitere Belagerung ist irgendwo durch, ähm, hier oben. Okay, wisst ihr was da? Du stellt euch halt meinetwegen hier hin. Eine weitere Belagerung ist durch. Ihr geht auch mal nach Hause. Was wollt ihr da drinnen auch so rumstehen? Aus Dänemark ist der Kerle nach Hause gekommen. Dort oben sind wir dabei. Hoffe ich doch sehr, dass wir das machen. Ja. Wer steht denn da mit uns drinnen? Die Manituaner. Ja, Kamenwald wird uns wohl, denke ich, keinen Militärzugang geben. Wir könnten denen das höchstens geben, aber das wär langweilig. Okay. Hm, das ist ein einfacher Krieg. Den hab ich mir, also ich hab da echt schon gedacht. Puh, also, puh, gegen Schweden. Da wirst du aber lange... Seh ich das richtig? Ich seh das richtig. Ich bin da nicht gelandet. Ja, sowas aber auch. Mensch, ja, zu viele diplomatische Beziehungen wegen Militärzugang. Und solange die Schiffe da unten nur stehen, kann mir das eigentlich auch recht egal sein. So einfach ist es. Wir können dann fast bald in die Militärtechnologie investieren. Wir könnten auch hier oben schon wieder rein. Hm. 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 Das ist so die schwierige Frage. Ist jetzt ein Scherz, oder? Oh, nee, du. Nee, Mensch. Schweden, ärgert mich mal nicht. Verliert Schlachten ordentlich. Und dich, weil er es ja nicht verlieren kann. Dann sagen wir, wie lange brauchen die hier? Ist ja zum Heulen. Gut. Dort unten ist eine Belagerung durch. Sehr schön. Durch das Commonwealth. Ja, ich denke mal, das Commonwealth nimmt uns hier unten die Arbeit vielleicht. Sag mal. Was übersehe ich denn da alles? Ist ja schlimm. So. Okay. Ähm. Achso. Okay. Ja. Eine weitere Belagung. Die, das war aber knapp. Wo? Da. Okay. Wo wollen die hin? Da, wo sie stehen können. Sie sind nicht stehen. Ich glaube, ich lasse die Leute einfach da stehen, wo sie sind. Das macht doch eh keinen Sinn, da jetzt großartig noch zu checken, wer wie wo was steht, ne? Das wird aber sehr viel Unmut dann auslösen, wenn wir den Frieden mal, ähm, einreichen. So, Eisen wird in einer Kolonie produziert. Weitere Belagerung durch. Weitere Belagerung durch. Was macht denn eigentlich Stockholm? Stockholm ist doch fleißig am sich verteidigen. Zusammenschließen. Einheit wird nicht zusammengefügt. Und dahin. Also das da ist, dass diese Einheiten, ob man will, dass die da mitgehen oder so. Aber es ist dann immer gut, wenn man irgendwo hingeht, wo nicht so viel Truppenlimit ist. Und dann kommen die Verbündeten an. Dann werden sie mitgezogen. Und dann zahlt man da Verschleiß ohne Ende. Den meisten Verschleiß haben wir ja eh bekommen, weil zu viele Ländereien da irgendwo stehen. Guckt sich das mal einer an. Da kommen wir zuerst nach Hause, die Schweden. Eine Monopolfirma gründen. Oft gewährten Königshöfer Handelshäusern die Exklusivrechte für den Handel mit Gütern mit einem bestimmten Gebiet. Diese Monopole waren im Austausch für eine einmalige Summe oder fortlaufenden Abgaben der Händler vergeben. Ja, darf man ja heutzutage nicht mehr haben. Handelseinfluss plus 15% oder wir erhalten nochmal 2500 Darlehen. Ich, äh, Dukaten. Ich glaube, Geld brauchen wir echt keins. Ich sollte mir eher mal Gedanken machen, wie ich das ausgabe. Wobei die 15% mehr. Naja, gut. Okay. Ja, ich könnte sie jetzt in Lovecraft abfangen. Macht keinen Sinn. Ich hab's ja schon mal erklärt. Sobald sie die schwarze Fahne haben, müssen sie erst nach Hause gehen und vorher dürfen sie nichts machen. Ist eine sehr gute Angelegenheit. Muss man einfach sagen. So, eine weitere. Guckt sie sich das mal an. Wir könnten die eigentlich mal nach Hause holen. Na. Ich wollte gerade sagen, dürft ihr nicht? Eine weitere. Was fehlt denn jetzt eigentlich noch? Das da, das da, das da, das da. So, aber jetzt dürfen wir sie. 19.000. Mann, gegen die netten 5.000. Ja, versuch das Kriegsziel nur zu entlagern. Es wird euch nicht viel bringen, meine lieben Kinderchen. Nein, wird es euch nicht. Da baut ihr mir kein Ikea auf. Hm. Bam. Da sind sie verstorben. Sehr schön. 1, 2, 3. Ja, da müssen wir halt jetzt noch ein bisschen warten. So, wir wollten Risiko mal wegmachen, weil es läuft gerade. Also, die Friedenszeit kann auch weg. Was kann noch weg? Das da hier. Das kann auch weg. So, Gott sei Dank, so viele Diplomaten. Ich mag das nicht, wenn das da so da und hin her hoch runter ist. Das ignoriert doch ein Total. Und unser General ist verstorben. Mal wieder. Burgundische Flotte gegen die österreichische Flotte. Und Burgund hat die Nase vorne. So ein Pech haben wir auch. Eine weitere Belagerung ist durch. Dort unten sieht es auch ganz gut aus. Also, das Beste wäre natürlich, wenn das Kamenwort Frieden schließen würde, sobald sie das da hier haben. Und dann sagen die ja so, pass mal auf, so sieht es aus. Aber das wird nicht der Fall sein. Komm, wir brauchen doch nur noch hier die paar. Mach mal hin. Ist die Frage. Ist die Frage. 1100. Ja, da haben wir noch ein bisschen Platz da oben. Diese Handelsschiffe. Hey, ich baue echt demnächst 25 Großkampfschiffe. Dann wollen wir mal schauen, wer hier. Dann stellen wir die Schiffe da hin. Und gut ist, ist das eigentlich keine dumme Idee, oder? Das ist überhaupt keine blöde Idee. Das ist eigentlich... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn... Nein. Sechzehn. So, sechzehn Schiffe. Und dann bauen wir dort überall Docks auf. Dann kriegen wir nochmal plus eins dazu. Und dann sind es bald schon 32. Und dann noch mehr und noch mehr und noch mehr. Ist das nicht schön? Wir haben ganz Schweden. Mensch, das hätten die Schweden auch nie gedacht, oder? Das war jetzt ein Pille-Palle-Krieg. Also wirklich, ich habe mir den wirklich brutal schwer vorgestellt. In Ordnung, man muss zugeben. Schweden hatte enorme Probleme und irgendwie sind da 25.000 Mann irgendein... Oh. Ja, gut. Auf der einen Seite haben wir natürlich den großen Sieg. Auf der anderen Seite haben wir da voll die Niederlage. Wisst ihr was? Das machen wir doch mal ganz einfach. So, kommt mal her. Ja. So. Alle mal da sammeln. Alle mal da sammeln. Das lassen wir gar nicht erst zu. Wie können wir denn da laufen? Wir brauchen hier wahrscheinlich Zugang. Oder? Kommen wir durch? Kommen wir durch? Kommen wir rein theoretisch bis... Ja, super. Halt. Nein. Jetzt habe ich gerade gedacht, das Spiel will abstürzen. Sehr schön. Na, dann kommt mal her. Und dann gehen wir mal da runter. Und sorgen dafür, dass Österreich mal so ein klein wenig wieder mehr zu Luft kommt gegen die Burgunder. Österreich hat allgemein gerade einige Probleme. Die Ottomanen und Tunesien. Oh nein. Oh nein. Hm. Hm. Will ich das überhaupt, ist die Frage? Wir schauen mal, was unsere Schwäden denn so sagen. Pass mal auf. Wir machen das mal ganz einfach. Ich glaube ja. Ich glaube ja eher nicht. Frieden verhandeln. Ein Tribut angeben. Ein Tribut vorschlagen. Russland zahlt. Aha. Hm. Dann würden sie aufhören und wären raus aus der Geschichte. Hm. Weil Burgunsch drückt uns das hier unten natürlich gerade nieder. Auf der anderen Seite. Ja, Frank. Entschuldigung. So. Jetzt geht's wieder. Auf der anderen Seite kann ich Österreich selber sagen. Hey, pass mal auf. Hier, wir wollen Frieden haben. Wir gönnen uns aber mal den Spaß. Und kommen mal runter. Wir gönnen uns den Spaß. Definitiv. Und jagen mal diese burgundischen Truppen. Was gerade wenig sind. Aber. Oh. Wird schon. Für mich da oben haben wir ja noch ein paar stehen. da hinten draußen. Ja, genau. Ihr dürft mal nach Hause gehen. So. Ja, so große Armeen natürlich irgendwo runter zu schicken, ist natürlich immer blöde. Weil man natürlich sehr viel Verschleiß hat. Dabei. 72.000 kommen nach Ansbach. Ja. Wann kommt denn hier da an? Am 25. Mai. Wir gehen mal eins nach oben. Ich glaube, die wollen nämlich zu uns. Ja. Das können wir so natürlich nicht machen. Wir gehen mal da rüber. Ich glaube aber, die kriegen wir uns. Nein, kriegen sie nicht. Ha. Ihr Pfeifen. Wir belagern jetzt eure Städte. Bringt uns aber auch nicht so viel, ne? Ich glaube, ne. Beziehungsweise, Moment. Was würden wir jetzt eigentlich aus Schweden herausbekommen? Was würden wir aus Schweden denn herausbekommen? Das machen sie noch alles mit? Das nicht mehr, das auch nicht mehr, okay. Das wäre eigentlich schon fast mehr, wie ich den haben möchten wollen. Wir holen die Truppen nach Hause. Das soll Österreich dort unten machen. Ist mir doch egal. Wir holen sie nach Hause. Österreich soll denen dann meinetwegen den Frieden... Wo, 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 wo? Oh, das ging aber... Aber gerade so. Oh, ganz knapp. Halt! Halt! Äh, wo landen? Die kommen in Rotstein an, ne? Wo kämpfen die jetzt? Die kämpfen hier. Dann kommt mal zurück. Das könnte sogar was Gutes werden. Ja, jetzt noch die Österreicher bitte dazu. Ich sagte, die Österreicher bitte dazu. Hallo! Österreich! Ja, ihr, ihr, ihr seid doch taube Nüsse. Jetzt ändert sich das Ganze eigentlich schon wieder. Jetzt bin ich eigentlich schon wieder fast dabei zu sagen. Achso, warte mal. Österreich ist ja jetzt komplett raus, so. Ja, ja, genau, 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 genau. Burgund. Wollt ihr jetzt Frieden haben? Wisst ihr was? Das mit dem Frieden machen wir dann erst im nächsten Part. Denn zeitlich bin ich eh schon knapp dabei. Und dann kann man sicher im Falle... Guck mal an, wer da jetzt ankommt. Ich glaub's ja gar nicht. Und dann können wir immer noch entscheiden, wie wir denn vorangehen. Vor allem, hier unten haben sie auch schon Frieden geschossen. Okay, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und würde mich freuen, wenn ihr natürlich auch das nächste Mal wieder mit einschalten würdet. In diesem Sinne, baba!